Grüß Sie, das ist der Mittendorfer Christoph vom Schwarzmäher und die Garten-Saison ist zwar vorbei, aber es gibt nichts Gescheiteres, als dass man sich jetzt schon wieder für den nächsten Frühling ausrüst oder für den Winter nur mit einem passenden Schneeschild. Und zwar haben wir da jetzt eine super Aktion und zwar haben wir unseren großen Logo abverkauft von Stieger, wo sich eine Menge Sonderrabatte sichern könnt auf unsere Rosenmäher Traktoren und eben auf die Zubehörteile und so weiter. Und zwar haben wir allerlei Geräte, von den Akku-Rosenmäher bis zu unseren großen Rosenmäher Traktoren, wie man das so schön sieht. Kommt vorbei, sucht euch eure Lieblingsmaschinen aus, die Maschinen sind und dabei verlinkt. Wie gesagt, kommt vorbei, wir erklären euch gern alles, machen euch gern einen guten Preis und bis dahin, fiert euch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!